Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Resident Evil 5 mit der Lizzy. Hallo ihr Lieben. Mit der bad-ass-sicken Lizzy. Yeah. So, äh. Rotes Kraut können wir nicht nehmen, das heißt wir müssen jetzt die Hebel ziehen. Oh, das reimt sich. Fast. Fast reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Achso. Kontrollpunkt. Ah! Ah, es kommt raus. Es war klar. Ja. Wer, was? Wo kommt's aus? Irgendwas ist eben gerade geschlüpft. Wahrscheinlich da die Eier, die wir aufschießen konnten. Ja, hier. Genau. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Okay, eins ist offen. Wir sollten zusammenbleiben. Ja, komm zu mir. Ich hab kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ih, das sieht aus wie bei Alien. Ja. Ah! Ey, Facehugger. Oh mein. Wo ist es denn? Hier, da steht's doch vorne. Ih, was ist die denn? Eine riesen Kakerlake? Ja, irgendwie sowas. Ih, das ist eine riesen Kakerlake. Ein Stein der Macht. Der macht nix. Äh, ja. Ein Stein der macht nix. Bist du bei mir, Lizy? Ja, ich komme vor wie unter Gallian. Weiß nix, kann nix und macht nix. So, jetzt bewegt sich das Band und wir können hier raufspringen. Warum sollten wir hier raufspringen? Ich weiß es nicht. Was sagt die Map? Wir müssen nach rechts. Wir müssen wahrscheinlich das Band wieder langlaufen. Okay. Ist die denn wirklich so? Wir kommen nur dann nirgendwo runter, oder? Oh, fuck, fuck, fuck. Kann ich hier rüber? Nein. Scheiße. Scheiße. Ich muss den nächsten Durchgang nehmen. Gibt's hier noch einen Durchgang? Nein, ich muss aussteigen. Nein, Hilfe! Ah, hier kann ich nochmal rüber. Panik. Du musst, glaube ich, sogar da rüber, oder? Ih, die schnappen. Oh, tatsächlich nicht. Oh, da war eine Goldkette. Was? Ich habe irgendwo eine Goldkette, verdammt. Ah, dieses scheiß Dreh. Ja, wenn es sie jetzt schon längst weg, die Goldkette. Aber jetzt, okay, jetzt muss ich hier gleich rüber. Okay. Ich frage mir, ob wir beide da lang müssen. Ja, wahrscheinlich. Hier geht es halt weiter. Warum müssen MG? Müssen wir? Ach, verdammt. Na gut. Ich komme. Ich warte aber, weil ich möchte nicht von dem gebissen werden, ja. Nee, die machen nur kurz und schnacken ein bisschen nach dir. Kleine Beißer. Ja, aber ich glaube, ich kann das anhalten. Vielleicht kommst du dann eher durch. Ah, ich laufe mal erstmal. Die sammeln sich nämlich hier, die kleinen Scheißer. Da ist eine Goldkette. Ah, super. Sehr gut. Hab sie. So, jetzt hab ich... Ja, wenn ich jetzt hier nicht rüberklettern kann, dann musst du sie nochmal anschreißen. Ja, dann geh nochmal auf das andere Band. Ja. Mach mal. Ich komme nicht voran. Ich bin deprimierend. Okay. So. Wir haben bestimmt schon wieder ein Abzeichen hier übersehen. Ich seh das schon kommen. Ja, ja, natürlich. Wir haben alles übersehen. Ja, 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 ja. Aber Hauptsache nicht uns gegenseitig. Oh, jetzt mal im Ernst unter uns beiden. Hättest du die Sieg genommen und du Platz gehabt hättest? Natürlich. Was ist das denn für eine Frage? Natürlich hättest du die genommen. Du hättest dich noch ein bisschen retten können. Sagen wir es mal so. Oh nein, die wollte gar nicht. Brandgranaten. Warte mal. Was hast du denn? Brandgranaten. Ach so. Ich weiß, die sind voll wertvoll und voll viel teuer, aber das ist mir Wurst. Ich kann nochmal in nach. Steht hier? Kann ich nochmal nach? Dings sind überall. 30 Pistolen, Moni. Nice. Guck mal, ob ich das erst durchladen kann. Ich hätte auch noch Feuergranaten. Ähm, okay. Ich drücke den Knopf. Drück mal. Ja, du musst mitdrücken. Drück mich, Lizzie. Einmal feste auf die Schläfen. Und dann? Bin ich tot. Natürlich. Äh, Spaghetti. Nabelschnüre. Shiver. Papi? Nicht dein Ernst. Mami? Was? Glad you could make it. Excella. Was ist die nackt? Ah, nee. Where's Jill? Jill, Jill, Jill. You like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Oroboros. Well, here. Enjoy. Bossfight. Yay. Freude. Du hast da was an der Schulter. Und nicht nur da. The Oroboros is a new B.O.W. And you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the B.O.W. based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Well, what are you using it for? Evolution. If it belongs to the first stone, one that will choose through DNA, we shall proceed to the next urge. My vision and his combined. Now, no reality. Evolution? What are you talking about? Ich glaube nicht an Evolution. Oh. Oh. Everyone will. Wie, der verliert Wurmchen. Oh. Do better. Oh, nein. Okay, ja. Oh, nein. Ach, das ist wieder so eins. Das kennen wir doch schon. Warte, komm da weg, da ist, äh... Hier ist so ein Gastank. Ja, jetzt rennt er da dir her. Ja. Lass ihm mal hierher kommen dann. Ach so, okay. Weil hier ist ein Gastank. Ja, bei mir auch, deswegen. Okay, das war Gastank Nummer eins. Komm, komm. Mach du mal. Oh, komm, 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 komm. Hier wird irgendein Tank gefüllt? Ich verstehe das nicht ganz. Okay, das war zweimal. Okay. Oh, hier ist ein grünes Kraut und Heißbring. Sehr gut. Ja, aber ich habe es nicht aufnehmen können. Ich habe keinen Platz. Hier ist auch noch ein Tank. Ja. Wir müssen ihn hier... Oh, warte, dann ist er weg. Er kommt hier direkt unter uns. Und hier ist Moni. Ah, der Tank ist voll. Flammenwerfer. Frage, wie nah muss ich damit ran? Blammenwerfer. Aua. Burn. Okay. Soll ich ihn von runtergeherzen das? Ja, mach mal. Oh, mein Tank ist leer. Ich muss nachfüllen. Ich muss genau dahin, wo das viel ist. Kann ich das hier wieder nachfüllen? Kraftstoff nachfüllen. Ach so, ach, jetzt sauer das wieder, bis das voll ist. Oh Gott. Ah, F und V. Wer drückt denn F und V? Niemand drückt F und V. Hier, in der Ecke. Ich kann doch nicht F und V drücken. Das geht doch nicht. Hilfe. Hilfe, kannst du heilen? Nisi, kannst du heilen? Ach so, warte, warte, warte. Bitte. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Du hast da irgendwas vom Erse-Hilfe-Spray. Ich hab noch nichts aufgenommen. Ich hatte keinen Platz für Inventar. Ach, hier ist das Erse-Hilfe-Spray. Warte. Hast du Platz für Inventar? Ich, ich, warte mal, ich werfe das weg. Nein, ich hab jetzt blöde Kraut genommen. Scheiße. Komm, komm mal ran. Wo bist du? Ich bin hier hinten. Okay. Okay. Wo bist du? Du bist da. Okay. Ich komme zu dir. Warte. Alles klar, okay. So, der Flammenwerfer ist wieder voll. Ist es nur einer oder können wir zwei nehmen? Nee, es ist nur einer. Es ist nur einer, okay. Jetzt verschwindet das. Oh, er kommt hinter dir. Ja, okay. Okay. Ah, ich höre ihn hinter mir rauskommen. Ach, da in der Ecke. Das wird nicht hübscher, muss ich sagen. Ah, fuck. Dann gibt es angebrannte Spaghetti. Ja, ist auch lecker. Ich glaube, den kannst du im Teil jetzt nur mit dem Feuer, äh, Flammenwerfer bis arbeiten. Au. Geh ich um und lauf. Ich muss gleich wieder nachladen. Ich glaube, auf diese verwundbaren Stellen kannst du auch noch schießen. Ihr hattet eben keine verwundbaren Stellen. Ah, jetzt hat er wieder. Ja, genau. F. Ich kann doch nicht F und V. Okay, ich gehe ihn zum Nachladen. Ja. Ja. Komm schon, Scheißvieh. Na, komm ran. Okay. Jetzt kommt C wieder raus. Ah, F, F und V. Ah, jetzt bin ich im Inventar. Geh aus dem Inventar, du Idiot. Warum treffe ich den Schecht? Nix nicht. Der Flammenwerfer ist voll. Jetzt kommt er aber hinten wieder raus. Alles klar. Oh, von Schasse. Ich will C rufen. Ich wollte dich nicht zu mir rufen. Au. Au. Ja, komm schon. Alter. Alter. Es hat ja ein richtiges Gesicht da oben. Echt? Ja. Wie? Aber willst du dich wirklich sehen, glaub mir. Okay. Komm ein bisschen zurück. Du musst nachladen. Ja. Ach, ich bin leer. Scheiße. F und V. Ach, nein. A und D. Bei mir ist F und V. Ach so, okay. F und V krieg ich niemals gleichzeitig Glück. Das kannst du vergessen. Ja, und ich bin gleich tot. Jetzt ist es weg. Der Flammenwerfer ist voll. Vielleicht kannst du ihn diesmal nehmen. Ich hab nämlich kein Leben mehr. Was war hier? MGM. Jetzt ist nämlich noch was zum Heilen. Du musst näher ran. Du musst näher ran. Ja, genau. Oh, F und V. Scheiße, jetzt hab ich auch nie ausweiten können. Ähm, hinter mir im Schrank ist sonst noch ein Empfehlgespräch. Okay. Okay, der ist wieder leer. Ja, dann musst du wieder da reinhängen. Ja, ich bin da. Hast du Platz für das Erste-Hilfe-Spray? Hä? Komm mal nicht mal ran. Wieso kann ich gehen kann? Ich hätte Platz, aber ich kann es nicht. Es erscheint bei mir gar nicht. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht da. Bei mir ist es da. Wollen wir mal hier nicht noch Erste-Hilfe-Spray? Das musst du aufschießen. Ich hab's aufgeschossen. Hier ist Erste-Hilfe-Spray. Kannst du's bitte holen? Ich hab keinen Platz. Ja, ich hol's gleich. Warte, warte, warte. Lass mich einmal die Dings schmeißen. Schmeißen? Nein, du sollst... Sag mal... Auf dem Letzten. Jetzt hab ich die blöde Brandgranate in der Hand. Danke. So. Erste Hilfe. Ja, ich hol's. Ich hol's. Ich hol's. Ich hol's. Ah, er ist schon faul vorbei. Scheiße. Warte, warte, warte. Noch nicht vorbei. Oh, danke. Ich hab's nicht lange mehr ver... Ja, sehr gut. Mann, wie zäh ist das Scheiß-Videen? Ziemlich zäh. Oh, sehr gut. Oh nein, das war's doch noch nicht. Stirbt doch endlich. Verdammt nochmal. Oh, nee. Jetzt kann man nicht angehen. Ist schon wieder leer? Scheiße. Ja. Ist schon wieder leer. Und alles... Meine Muni ist auch leer. Geil. Geil. Okay, er kriegt gar wieder verwundbare Stellen. Ja. Komm, lad dich auf, Bilderflammenwerfer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, er ist... Keine Stellen. Keine Pickel gerade. Okay, Flammenwerfer ist bereit. Ja. Sehr gut. Er hat wieder Stellen. Vielleicht sollten wir die erstmal wegschießen, oder? Boah. Alter, oder machen wir irgendwas total falsch? Anscheinend. Müssen wir erst die Stellen wegschießen und dann mit dem Flammenwerfer arbeiten? Das weiß ich eben nicht. Ach, das ist schon nix im Deck voll. Nee, dann lad ihn auf. Komm, dann lad ihn auf. Uah. Jetzt hat er, jetzt hat er zum Beispiel keinen Stellen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit dem Flammenwerfer, oder was? Ich würde ihn aufladen. Naja, nee, ich meine, ich überlege jetzt noch gerade. Jetzt müssten wir mit dem Flammenwerfer... ...damit er wieder verwundbar wird und dann auf die Stellen? Ich weiß es nicht. Zum Glück ist der ganz schön langsam. Ja, aber der Flammenwerfer auch. Naja. Ich meine jetzt so, wenn er sich bewegt. So, jetzt ist Flammenwerfer da. Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir Flammenwerfer bearbeiten. Genau, genau. Weil er hat gerade keine verwundbaren Stellen, so wie ich das sehe. Näher ran, näher ran, näher ran. Näher ran. Ja, sehr gut. Ja. Ich glaube, ich muss draufhauen, während er brennt. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich haue jetzt alles drauf, was ich hier habe. Ja, ich auch. Okay, das war's. Ich habe nur leider keine Munition mehr, außer für mein Gewehr. Versuche ich ihn halt zu snipen. Das kann man, glaube ich, nicht immer erwischen. Doch, jetzt. F und V niemals. Geh einfach um die Ecke. Das ist ja... Okay, der Flammenwerfer ist wieder einsatzbereit. Okay, sehr gut. Hab ihn. Aber der hat noch da so einen Knubbeln. Ich habe noch genau einen Schuss. Gehst du den weg? Mit einem Schuss? Nein. Links in dem Schrank ist noch Gewehrmonie drin. Okay, ich habe ihn weg. Der Knubbel ist weg. Äh, wo kommst du wieder raus? Oh, genau hier. Genau hier. Komm schon. Hast du die Gewehrmonie? Ja, ja. Ja. Okay, irgendwas übersehen wir, oder? Ja, ich fürchte auch. Der drückt den F und V. Niemand. Jetzt habe ich gar keine Munition mehr. Für nichts. Okay, der nehme ich gleich den Flammenwerfer, aber ich habe sonst, kann sonst nicht mehr müßlich sein. Ich bin leicht, glaube ich, tot. Oh, fuck. Du hast immer noch ein grünes Kraut. Ja. Das würde ein bisschen helfen. Äh. Aber du bist da voll. Schon wieder. Oh, scheiße. Ich bin tot. 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 Ich weiß nicht, was ich dir da in den Hals ramme. Wo hast du das hergeholt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nichts mehr. Du auch nicht. Sehr schön. Doch, ich habe Stotenmoni noch. Komm, schnell. Da ist noch ein Knubbel. Da hat auch ein Knubbel dran. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob man die jetzt echt vorher zerschießen muss, oder nicht. Nein! Oh, cool. Ich habe es geschafft. Es ist ein Faust. Sehr gut. Alter. Lauf! Lauf, 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 lauf. Hast du dein grünes Kraut schon genommen? Ja, nein, habe ich noch nicht. Okay. Solltest du das vielleicht gleich mal tun? Ich habe das noch nicht notwendiger. Obwohl es bei mir sehr notwendig ist, glaube ich. Ja. Mach mal eben. Warte. Aber jetzt habe ich es dir gegeben. Stimme. Okay, warte. Ich mache es gleich. Okay. Oh, fuck you. Ich sterbe. Ich sterbe. Wo bist du? Das ist Stress. Umdrehen. Okay. Lass meinen weg. Lass meinen weg. Lass meinen weg. Hä, was? Nein, hör auf den Flammenwerfer wegzulegen. Ah, der ist eh leer. Okay, warte. Ich muss den eben laden. Überlebe. Dann komme ich mit dem Grünen. Ja, ich versuche es. Wo bist du? Ich versuche es, das scheiß Ding wegzuschießen. Warte, 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 warte. Okay, danke. Ich glaube, wenn die so gelb sind, dann kann man die nicht wegschießen, die eulen Teile. Doch, gerade wenn die gelb sind. Ja, jetzt. Jetzt leuchten die gelb. Ja, genau. Scheiße. Boah, sehr gut. Ich habe wieder einen Flammenwerfer. Oh, selbst mit der Schrotmonie kann ich das nicht wegschießen. Ich würde eh nicht. Leer. Leer. Ich habe noch ein bisschen Schrotmonie. Komm schon, das kann man nicht angehen. Ja, jetzt ist er gerade wieder verschwinden. Das kann man nicht angehen. Ich schiebe ihn da direkt rein. Ich habe vielleicht keine Muni mehr. Ja, Flammenwerfer ist leer. Dann teilst du mein Schicksal. Ich habe ja auch schon keine Muni. Oh Gott. Ich sehe schon die Kommentare vor mir. Warum macht ihr denn nicht das und das? Ich habe keine Ahnung. Äh. Idee? Warte mal. Er sieht anders aus als sonst, aber ob das was zu bedeuten hat. Ah! Diese Gläser hier in der Mitte. Ich habe keine Muni mehr, das war's. Die vielleicht irgendwas zu bedeuten haben? Ich weiß es nicht. Diese Glasdinger, weißt du? Ja, ich habe nichts mehr. Doch, ich habe noch. Oh, meine Seekart noch. Okay, alles klar. Schieß mal auf dieses Glas. Mach ich, aber. Okay. Bring dich. Er kommt neben dir hoch. Hör auf. Ja. 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 Ich habe keine Ahnung. Kannst du mit dem Flammenwerfer das Glas verstirmen? Würde ich eher, ja, Projektile für nehmen. Guck mal, jetzt hat er wieder die Dinger. Ja, und ich habe keine Muni mehr. Geil. Jetzt habe ich aber gar nichts mehr. Achso, okay. Scheiße. Ich habe nichts mehr. Ich habe doch gleich mit dem Messer drauf. Ja, muss ich gerade auch schon versuchen. Ja, was macht man denn, wenn einem die Muni ausgeht beim Bosskampf? Tja. Ich hätte ja gehofft, hier spawnt immer mal wieder was, aber scheinbar nicht. Ich habe gar nichts mehr. Auch nicht. Verschlossen. Ja, ja. Okay, Flammenwerfer ist wieder bereit? Ja. Glaub hin. Ja. Aber man muss es doch auch so hinfringen, oder? Verdammt nochmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, wie die Mechanik hier ist. Das Ding ist ja schon angeschlagen hier, dieser... Oh, er kommt bei mir. Sieht auch schon anders aus, aber... Ich meine, der Glastank. Ach so. Der hat ja schon Risse. Jetzt ist er kaputt gegangen. Okay. Jetzt ist er kaputt gegangen, ist okay. Er hat ihn selber kaputt gehauen, kann das sein? Ach so, okay. Ich bin gleich tot übrigens. Aber was hat das so bedeuten? Ich weiß es nicht. Es tut mir echt leid, aber ich weiß es nicht. Ich bin gleich eine halbe Stunde hier dran. Ja, und wenn uns die Moni komplett ausgeht und da wir sterben, dann war es. Dann können wir das Ganze von vorne machen. Richtig, da kann man nochmal versuchen. Dann googeln wir aber vorher, wie der Boss funktioniert. Ja, scheiße. Ja, apropos, ne? Ja. Ja, ja, ja. Das haben wir einfach alle. Also, ich würde ja fast sagen, das muss auch dann nur mit Flammenwerfer gehen, weil, ne? Den kann man immer, den kann man halt immer wieder aufladen. Ja. Kann ich mich nicht hier auf den Stuhl setzen und mir auch irgendwie so eine Injektion geben? Ja, das ist eine spannende Musik gerade. Absolut kein Plan. Oh nein, was tun wir? Was tun wir? Was kann man tun? Ja. Ich laufe im Kreis. Du hast ein bisschen mehr Leben. Du nimmst gleich wieder den Planwerfer, ja? Jetzt zum Beispiel. Ich habe so viel mehr Leben als du. Nimm den scheiß Sammacher. Yay. Au. Das war's. Das war's. Ich bin tot. 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 Ich konnte nichts mehr machen. Ich kann mich nicht bewegen. Es frisst mich. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht mehr die Kamera bewegen. Ich kann nicht mal sehen, wie du gefressen wirst. Das war's auch. Ich kann nichts machen. Ich konnte jetzt die ganze Tastatur durch. Weg drücken. Okay, also irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Das war sehr erfolgreich. Total. Wir können immer von vorne anfangen. Ja, aber wir gucken jetzt gleich mal, was man da beachten muss. In Ruhe, bevor wir da jetzt wieder reingehen. Und dann in der nächsten Aufnahme gehen wir da wieder rein in den Bosskampf. Genau, richtig. Mit vielleicht etwas Vorwissen. Es tut mir leid. Es tut uns leid. Ja. Wir sind halt unfähig. Wir sind halt Noobs. So ist es halt. Aber wer das noch nicht wusste bis jetzt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ey, komm. Mag ja sei denn, wenn man zuguckt, ist es ersichtlich. Aber wenn man da selber vorstellt, fragt man sich, scheiße, was soll ich tun? Ja, ja, ja. Also, wir sind doch alle irgendwie Noobs, oder? Ja, eben. Wir sind halt kein Shooter-King. Okay. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hoffentlich erfolgreicher bei Resident Evil 5 mit der Lizzie. Macht's gut. Tschüss, Jan. Alles Liebe, tschüss.